Wir fangen jetzt an mit der Pressekonferenz. Zuerst dann der Coach hat zwei Minuten über das Spiel zu sprechen. Und dann drei Fragen von der Presse, die müssen dann das Spiel sein. Jede Frage außerhalb des Spiels wird nicht beantwortet. So, wir können anfangen. Wir haben einen sehr guten Schuss. Die Mannschaft war sehr konzentriert. Wir haben erst halbzeit ein hohes Pressing gemacht. Wir sind da mit den zwei Toren in Führung gegangen. Der Mann heute war ein großartiges Spiel mit dem Schuttel. Wir haben alles gemacht. Der Mann war alles gemacht. Wir hatten eine große Druck, eine große Druck. Wir hatten eine große Druck. Und ich denke, dass wir dann die zweite Halbzeit des Spiels mehrheitlich kontrolliert haben. Und auch noch die eine oder andere Chance noch vorne entwickelt. Und der Schuttel hat dann noch zu Möglichkeiten gekommen durch unsere Verschuldung. Wir haben einen sehr großen Druck. Wir haben einen sehr guten Druck zu tun. Und dieultura an die Leute, die uns immertreten haben. Wir wagen wieder, dass wir uns nicht zusammenarbeiten können. Die Mannschaft über unsere Fans bedanken, dass sie so viele Reiko. Und sie haben richtig gute Stimmen gemacht. Ich wünsche mir sehr viel Glück für die Mannschaft, die was in der Ruhe gehalten. Und die, die nahe sind. Wir haben das gemacht. Wir haben eine sehr gute Peace. Wir haben eine sehr gutemitriebe gehabt. Und die wagen. Ich schaffe mich sehr dankbar zu den Mannschaften der Mannschaft. Das war die Mannschaft in der Mannschaft. At der Mannschaft von der Mannschaft. In der Position 9, also Mittelstürmer, hast du dann jedes Mal was gewechselt. Heute haben wir Prisiteu gesehen. Was ist deine Beurteilung über Prisiteu und ist diese Position ein Problem bei dir? Eine Herausforderung für dich? Nein, aktuell eigentlich nicht. Es war so, dass wir natürlich zuerst einmal die Spieler kennenlernen müssen. Und dann war Prisiteu noch verletzt. Ich habe natürlich schon mitbekommen, dass er ganz vorne drin spielen kann. Und heute hat er das gezeigt, hat ein sehr gutes Spiel gemacht, hat ein Tor gemacht, hat gerade auch erste Halbzeit. Und natürlich hat der Team natürlich noch ein bisschen der Rhythmus, der Spiel der Rhythmus. Und dann hat er gesagt, dass er ein Tor gemacht hat. Und dann hat er gesagt, dass er ein Tor gemacht hat. Und er hat vor allem in der ersten Halbzeit sehr gut attackiert und da gegen den Augen gearbeitet. Ich habe dann zwei Tore geschossen. Zweitens Frage. Ich kann hole dir für den Sieg drei wichtige Punkte. Es gibt einen großen Unterschied zwischen der Leistung der Erleinheit von der ersten Halbzeit und der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit war Ali defensiv sehr stark und hat dann auf Konter gespielt und konnte dann zwei Tore beschossen. In der zweiten Halbzeit war er eher Ballbesitz, aber er konnte nicht viele Chancen kreieren. Warum ist dieser große Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Halbzeit? Ja, ich habe das nicht so gesehen. Wir haben nicht auf Konter gespielt, sondern wir haben ja eigentlich in ihrer Platzhälfte gespielt. In der zweiten Halbzeit haben wir uns ein bisschen zurückgezogen, nicht mehr ganz vorne attackiert. In der zweiten Halbzeit war er in der zweiten Halbzeit die Spiel powiedział, dass sie ein wenig Zeitère Aber wir müssen uns gefeiert haben. Es soll man sich von einem neurop Harrischen zurückbringen. Wir haben einen anderen Schritt für eine逆mang. Ich sage, wir haben eine Zirene, ganz gut zu gewinnen. Wir haben die Vorwache paraester. Daher kann wir sie bereitstellen. Ich habe sie nach vorne- und die Nachrichten bekommen. Wir können uns über alles Breathe lösen. Ich bin die Erstmal gewesen. Ich bin ein Problem. Wir haben alle gewonnen. Ich habe die Empfehlungen wie die andere Erklärung rausgeckt. Ich war die Empfehlungen, wie ich will, und ich bin dran! Was hat dir dann am meisten aufgeregt gemacht, hattest du vor dem Spiel, besonders, dass Yul Ali bekannt ist, dass Yul Ali immer schwierige Spiele hier hat, hat das dann dir Sorgen gemacht vor dem Spiel? Nein, weil ich habe drei Spiele angeschaut und habe eine Analyse gemacht, habe das der Mannschaft präsentiert und sie hat das hervorragend umgesetzt. Und mich interessiert die Begangenheit nicht, was früher war, also das ist vorbei, also wir können nur das bewerkstelligen, wir können nur das bearbeitet, was aktuell ist, was ist vorbei ist. Ich habe auch noch eine Ausbildung vom Ich bin hier auswähl. Ich bin nicht in der Zeit. Ich bin nicht bei dem, was ich hier passiert. Ich bin immer noch an den Tag. Der Tag ist die Zeit? Ich bin an den Tag. Ich bin hier hin und bin an den Tag. Ich bin an den Tag. Ich bin ein paar Jahre alt. Und ich kann alle sagen, wir gehen an den Tag. Vielen Dank.